Nein, das müssen wir nicht. Ich bin auch keine ITlerin, aber wir müssen davon wegkommen, IT oder auch Webdesign lediglich als Dienstleisterinnen zu betrachten, als externe Agenturen, denen wir Ideen zuwerfen und die sollen sie dann irgendwie umsetzen. Eben weil diese Agenturen coden können, weil diese Personen coden können, weil sie eine andere Sprache sprechen als wir in der Jugendarbeit, ergänzen sie unsere Teams um eine total spannende Perspektive und helfen uns dabei, neue Lösungen für alte Probleme zu finden.